Nahrungsmittel Nahrungsmittel waren natürlich früher schwer zu lagern, deswegen war ein ständiger Zufluss von Nahrungsmitteln und damit auch ein permanenter Jagderfolg natürlich wesentlich für das Überleben einer Familie und einer Gruppe an Menschen. Insofern unterlag die Jagd natürlich einen wesentlichen Erfolgsdruck, was dazu führte, dass die Jagdmethoden, aber auch die Jagdwaffen und dann später eben die Munition immer einen Fortschritt unterlag, um hier in eine position zu kommen. Letztendlich war sie natürlich auch sehr stark immer beeinflusst durch die militärischen Entwicklungen, die zu verteidigen oder auch zum Angriff eben dienten. Hier im ersten Step, den wir Ihnen zeigen wollen, sehen wir hier den klassischen Langbogen, der mit einem Pfeil geschossen wurde. Diese Jagd oder Waffenart ist eine recht alte, sie geht schon auf das 12. Jahrhundert vor Christus zurück. Man sieht hier auf dem Chart recht gut die Präzisionswerte, die man erreichen konnte, so etwas im Bereich von 30, 40 Zentimetern mit 5 Pfeilen auf 50 Metern. Das war natürlich schon eine Herausforderung an denjenigen Schützen. Die maximale Einsatzreichweite für die Jagd war damals um die 30 Meter. Mit modernen Kompoundbögen kann man heutzutage schon etwas weiter schießen. Die Energie eines Jagdpfeils ist natürlich mit 45 Joule im Mittel auch relativ limitiert, was auch zielbalistisch, also quasi die Tötungswirkung war dadurch schon sehr stark eingeschränkt. Das heißt, man musste sehr gut treffen, um das Stück relativ bald runterzubringen. Ein weiterer Step war dann der Armbrust. Auch dieser ging auf militärische Entwicklungen zurück. Hier eine neue Version mit Zielfernrohr. Man hatte hier schon eine Verbesserung, man konnte nämlich schon vorher spannen. Man musste dann nicht mehr vor Ort spannen, direkt. Man hat schon 122 Joule, man hat 80 Meter, teilweise ein bisschen mehr Reichweite, konnte also weiter rausschießen. Man musste nicht mehr so nah ran an das Stück Wild und hat eine etwas stärkere Wirkung gehabt. Ein weiterer Schritt dann, ab dem 16. Jahrhundert, hier der Vorderlader, der von vorne eben geladen wurde, mit Schwarzpulver. Dann kam eine Kugel drauf und dann Zündtütchen hier oben drauf. Das heißt, es war immer ein relativ langer Prozess, bis man diese Waffe wieder einsatzbereit hatte. Man musste sie nach dem Schießen auch putzen und reinigen. Das heißt, es hat relativ lang gedauert, bis man einen zweiten oder dann auch wieder einen dritten Schuss antragen konnte. Deutlicher Unterschied. Wenn man die ballistischen Werte anschaut, kann man sehen, 590 Meter pro Sekunde. Schon ein relativ hoher Wert. Die Energie mit 1430 Joule, auch ein ganz guter Wert. Die Präzision um die 10, 15 Zentimeter auf 50 Metern. Und die maximale Einsatzreichweite, damals noch mit Bleirundkugeln geschossen, war bei 100 Metern. Also man musste auch hier noch relativ nah ran an das Stück, das man beschießen wollte. Und die höchste Stufe der Evolution, oder eine der höchsten Stufen der Evolution aus dem Hause RWS, unsere neueste Entwicklung, das HIT, was wir im letzten Jahr vorgestellt haben. High Impact Technology, ein massestabiles Deformationsgeschoss. Auf Kupferbasis, 100% Restgewicht. Es pilzt beim Eindringen in den Wildkörper sehr schnell auf. Verformt sich dadurch und gibt eben relativ schnell viel Energie ab. Die Masse bleibt zu 100% erhalten, deswegen schiebt es sehr stark durch den Wildkörper durch. Hat eine sehr hohe Tiefenwirkung und eine sehr hohe Ausschusswahrscheinlichkeit. Deswegen eignet sich sehr gut für stärkere Stücke. Knapp im Kaliber 300 haben wir 950 Meter pro Sekunde. Wir haben knapp 5000 Joule und man kann mit dieser Laborierung maximal auf 500 Meter schießen. Die Präzision, man sieht natürlich, geht dann deutlich zurück auf 50 Metern. Im Vergleich zu den anderen liegen wir hier noch gerade bei einem Zentimeter. Also kein Vergleich. Es hilft einem ja auch die größte Einsatz- oder Schussweite nicht, wenn man die Präzision nicht ins Ziel bringt und dann das Ziel nicht entsprechend trifft. Wir haben diese Jagdarten mal einem sogenannten Stresstest unterzogen. Wir haben also auf ballistische Seife geschossen, die wir mit drei Lagen synthetischen Knochen versehen haben. Das sind hier 3 x 6 Millimeter, also 1,8 Zentimeter. Eine stärkere Blattschaufel von einem Wildschwein zum Beispiel. Die Jagdpfeile tun sich natürlich sehr hart hier durchzudringen. Man sieht, sie kommen nicht durch den Block ganz durch. Also der Pfeil würde einfach im Wild stecken bleiben. Dringe zum Teil auch nicht sehr stark ein. Der alte Langbogen wirklich nur ein paar Zentimeter, also hier keine tödliche Wirkung. Damit kann man eigentlich auf einen schweren Knochen nicht durchdringen, durchschlagen. Der Vorderlader hier schon mehr, schlägt durch, aber der Schusskanal dann sehr, sehr dünn. Also kaum mehr Zerstörungswirkung im Bereich der lebenswichtigen Organe. Das heißt, man musste wirklich gut treffen, um das Stück dann auch runterzubringen. Und man musste auch entsprechend hinten dranbleiben, dass man das Stück dann auch fand, letzten Endes. Beim HIT ganz anders. Hier die beste Entwicklung aus unserem Haus in Bezug auf so eine starke Knochenwirkung hier. Durchschlägt die drei Knochen ohne Problem. Die Fragmente der Knochen sieht man natürlich in der Wundhöhle verteilt. Das Geschoss bleibt dennoch massestabil, 100% erhalten, schlägt durch, kräftiger Wundkanal, hohe Tiefenwirkung, hohe Zerstörung auch im tieferen Bereich. Und ein sicherer Ausschuss für eine gute Blutspur, Schweißspur, wenn man den nachsuchen muss. Die Energiewerte, die man in etwa auch hier wieder an den Volumen der temporären Wundhöhle sieht. Hier mit 800 Millilitern geht hier runter auf 80, hier auf 30 Milliliter verdrängtes Volumen. zeigen auch an, wie stark die Tötungswirkung im Wildkörper bei diesen verschiedenen Jagdwaffen wäre. Und zeigt natürlich die Überlegenheit unseres neuesten Produktes sehr deutlich auf. Damit sind wir hier momentan ganz vorne dabei, an der Spitze der Evolution der Jagd sozusagen. Das war es von RWS. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.